moin moin und herzlich willkommen zurück zu raft so wir müssen jetzt eben ganz schnell noch was essen bevor wir da rein gehen weil das habe ich jetzt in der letzten folge vergessen also bevor wir auf die insel gehen denn das ist auf jeden fall eine neue insel eine wo wir noch nicht waren so und was gönnen wir uns dieses mal ich glaube die zehn gekochten rüben dann packen wir die mal vielleicht da wieder rein kann auch sein dass das gleich wieder eine bäreninsel ist oder so eine gekochte rübe haben wir noch übrig gelassen ich bin stolz auf uns und noch mal so dann gehen wir mal dahin jetzt bin ich gespannt was er da gibt danke boris das ist wirklich eine komplett neue insel vielleicht gibt es hier auch die bieten bienen die können wir jetzt fangen wir haben ja das netz können wir die hier ja wir können die hier fällen pinien zapfen wir können die bienen fangen wo er lassen wir noch mal zurück dann holen wir uns eben noch das netz pinien zapfen habe jetzt keine ahnung was wir dann machen können vielleicht nur anpflanzen und wir bäume kriegen also die lasse ich dann mal hier ob da kiste und fasst die nehmen wir auch mit so wir werden gleich wieder von boris angeknabbert aber das ist mir dieses mal egal ja ich habe schon gewusst nicht hier nicht hoch hier hoch so dann falsche kiste was wollten wir hier reinpacken das hier haben wir dann voll und den schrott kommt das packen wir auf einmal vorsicht halber hier hin vielleicht und hier die seile was können wir noch hier packen hier können kommen wir packen erstmal die planken da rein stimmt hier war hier war das netz bienennetz so und dann können wir jetzt hier das wegschmeißen das und das so wo ist ein boden da hinten aber jetzt hat er uns noch nicht im visier ok aber die insel feiere ich jetzt gerade weil wir hier keine palmblätter kriegen sondern holz und das ohne ende würde ich sagen also wir kriegen hier jetzt ok mit ende wahrscheinlich ok den können wir nicht fällen das sind schon mal zwei bienengläser wahrscheinlich da sind sie was ist denn das honigwabe und unten haben wir einen neuen erfolg beginn ok habe ich jetzt nicht gelesen und die haben wir auch noch wie zehn bienengläser haben wir jetzt sum sum alter noch mehr den schaden habe ich jetzt gerne in kauf genommen ich habe aber so gefühl hier gibt es mehr als nur bienen die uns schaden werden so die haben auch noch kom so die haben auch noch erwischt und hier noch mehr waben ok jetzt bin ich wirklich froh dass wir diese insel erwischt haben die werden wir jetzt ein bisschen länger erkunden auf jeden fall können wir nicht mitnehmen können wir auch nicht mitnehmen können wir den hier abholzen hier haben wir wieder eine kiste hier haben wir wieder eine kiste alter wie viele planken jetzt wo sind sie denn wo sind sie denn was denn damit ok damit können wir nichts machen ok aber nicht jeden baum können wir hier abholzen können wir die hier abholzen können wir die hier abholzen auch nicht auch nicht ich bin jetzt wirklich neugierig was diese insel hier angeht aber ich habe das gefühl hier werden wir bären oder sowas antreffen und dann müssen wir auch noch einmal im wasser gucken ob hier diese kugelfische sind hier ist wieder so ein lama wenn ich hier jetzt ein kugelfisch ist dann holen wir uns das lama von hier gibt es hier im shop vielleicht etwas anderes zu holen als einen anderen nicht wirklich tic tac toe ok fondamentzähler hupe lange zugbrücke kurze zugbrücke wikingerhorn den will ich haben auf jeden fall piratenhut aber ok viel gibt es hier nicht jetzt bin ich aber gespannt von was wir hier angegriffen werden abgesehen von den bienen ja du lauf mal eben den können wir definitiv abholzen der ist klein was mit dem auch nicht da oben waren wir ok aber gefährliche tiere sind hier jetzt eher ein wenig bisher gefährlichste war hier jetzt tatsächlich die biene den können wir auch nicht abholzen boah alter ähm ok hier gibt es bären ja komm schnell weg so und jetzt alter ich habe gleich keine muni ach ich dachte er wäre tot ouch toll ich habe den jetzt nicht aufgesammelt ok ok wo ist jetzt der fein hier ok es gibt hier tatsächlich bären so so haben wir jetzt alle elf wieder wir haben alle elf wieder und einen bärenkopf den wir nicht brauchen aber gut zu wissen dass es hier bären gibt dass er bären inseln sind hier haben wir wieder eine höhle die schaufel haben wir diesmal nicht mit für der dreck aber okay die insel ist jetzt auch nicht allzu groß aber die ist wiederum für mich jetzt etwas besonderes die insel aber viel zu finden gibt es jetzt auch nicht so aber wir können ja so bienen gläser hier mal erforschen komm und dann gucken ob wir hier vielleicht die diese kugel fische finden im wasser dafür würde ich eben kurz warten bis er wieder hell ist nur 21 ok 21 baumstämme ach nicht hier unten können wir oben platzieren so dann haben wir das hier schon mal fertig ok so packen wir das mal hier hin Seil nochmal hier rein das können wir auch hier hin packen hier können wir Leder nochmal rein packen mhm was gehört noch hier rein? das und hier die Onigwaben haben wir jetzt endlich mal voll Bienengläser Pilze Steaks haben wir wieder elf Stück nice ahja und die Rübe so dann schauen wir mal genau oben war das Forschungstisch den hatten wir ja hingetan so Bienenstock oh wie geil endlich haben wir einen Bienenstock sum sum ok dann würde ich sagen einmal die Ausrüstung die wir jetzt nicht mehr brauchen wieder einlagern hier war das wie das hier zum Beispiel ich glaube das brauchen wir auch nicht komm den tun wir auch erstmal hier hin weil Holz haben wir erstmal genug komm die Bienengläser packen wir erstmal hier hin ich glaube wir haben mehr als genug Bienen jetzt und den packen wir mal jetzt hier hin ok ok der hat gerade knapp gemacht aber nicht erwischt ouch so jetzt erstmal gucken ob es hier sonst noch irgendwas gibt das sieht interessant aus vielleicht ist da drin irgendwas nein kann auch sein dass wir vielleicht irgendwas übersehen haben jetzt haben wir die Schaufel vergessen da ist ein neuer Bär toll aber ich sehe kein Kugelfeld was ist denn das da ah so ne so ne versunkene Boje ich muss aber ehrlich sagen ich erhoffe mir wirklich hier einen Kugelfisch zu finden die müssen doch hier irgendwo bestimmt sein hier gibt es auch nichts drin am Bären müssen wir jetzt einmal vorbei ja da kommt er schon ouch ich habe gerade keine Zeit für dich ja ich bin süß dass Baluma hier ankommt zum Spielen aber der eine eine einziger Bär hat mich immer aufgeregt gehabt hier in also hier in Rath meine ich jetzt dieser eine etwas größere auf der Bäreninsel, großen Bäreninsel Hauptinsel weil gegen den anzukämpfen war ein bisschen schwieriger war glaube ich auch der erste Boss Gegner oder sowas so ein richtiger Boss Gegner wie viel Müll hier rumliegt aber ok ich finde es schade dass wir jetzt hier keine Kugelfische finden absolut schade wird so schön wir haben jetzt einmal die Insel umrundet und kein Kugelfisch Egal dann bleibt uns eh nichts anderes über als weiter zu schwimmen Autsch so das reicht so komm die Blumen machen wir eben unten rein so nochmal nachgießen hier nochmal auffüllen achso ist schon leer ne wo war denn der Weg nach unten hier ja so achso wir haben schon Fahrer reingetan gehabt ok so nieder mit dem Anker da war fetter Ruckla dann ok einmal um diese Insel hier herum ah warte wir wollten ja noch die Erde mitnehmen nochmal Anker rein so schnell nach oben wieder ne Knaufel holen ah ich hoffe dass wird reichen wo ist Boris? da hinten hat uns aber zum Glück noch nicht gesehen und dann jetzt nochmal schnell zur Höhle die Chino war so da ist sie ich hoffe unsere Knaufel hält das aus bis wir hier alles gesammelt haben komm den hier noch bitte ok mehr hatten wir hier auch nicht ok das heißt zwei können wir gleich noch machen weil einen haben wir ja noch irgendwo so verstaut so und da kommt schon Boris an ah und der hat mich trotzdem noch erwischt aber jetzt können wir weiter so so hier müssen wir erstmal dran vorbei dann können wir eben noch schnell wieder alles einlagern und so hier äh Wasser auch noch nachfüllen so so was kommt hier rein? Steine brauchen wir nicht hier haben wir den einen Dreck so dann hier Wiese brauchen wir erstmal Planke alles wieder zu uns in die Tasche hier ja ok passt und haben wir hier ne hier für hier haben wir rot müssen wir noch einlagern so machen wir eben die beiden ok ok komm ich will hier hoch so dann können wir jetzt Motor einschalten weil wir jetzt nachdem wir das einlagern alles also das muss wieder rein und die müssen auch wieder rein den machen wir ein unten müsste Farbe aufwertig sein aber erstmal machen wir Motor wieder an Motor einschalten und hier auch so 144 Farbe haben wir jetzt dann gehen wir jetzt trotzdem nochmal zur großen Bäreninsel so 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 das müsste jetzt reichen noch ein bisschen dahin so wo ist unser Pinsel? und wir müssen wieder was essen komm wir haben so viele Mangos wir essen die Mangos alle auch wo haben wir unseren Pinsel hingetan? da haben wir den so Mangos alle also Essen Magen voll meine ich hier muss noch einer und dann hier der ganze Rest oder wir fangen mit dem Raum an so ich hoffe das wird reichen nein fehlt wieder einer oh Batterie ist schon gleich leer aber okay wir sind auf dem richtigen Weg so dann gehen wir mal schlafen es ist ja schon gleich dunkel ach noch nicht vielleicht ist noch nicht Schlafenszeit so Plastik können wir gleich wieder einlagern so ne hier Plastisch Stein müssen wir noch wegschmeißen schön schön wie wir das halten können wir den auch so werfen? jo okay das war jetzt cool jetzt können wir aber pennen gehen ne so gute Nacht ah und guten Morgen so so was sagt er jetzt? wie weit noch? okay 1200 Meter werden wir wohl noch überleben ich glaube den müssen wir ein bisschen verschieben oder wir platzieren den hier hin so in der Art und ja komm wir gehen mal nach oben boah stell dir vor wir haben hier jetzt alles fertig mit Wiese gemacht egal das dann aussehen würde da laufen hier auch die Tierchen rum okay hier habe ich ein bisschen Sorgen dass die vielleicht doch noch irgendwie runter springen können oder würden ist vielleicht doch nicht die schlauste Idee wie ich das hier gemacht habe aber trotzdem so und dann schauen wir jetzt mal unten wie weit das ist mit den Netzen so 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 wie viel haben die noch? oh zur Hälfte schon leer na könnte schwierig werden wie sieht es da aus? gut 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 dass wir den noch schnell geschafft haben oh keine Planken mehr was ich mich jetzt frage ist weil wir den jetzt umplatziert haben ah ok der ist jetzt komplett leer Grundstock Grundstock müssen wir noch wieder hier reinpacken genau hier ein Seil nochmal ne hier auch nochmal den Schrott rein ok ok das gefällt mir jetzt ein bisschen mehr so aber ich hoffe wir schaffen das jetzt noch bis zur Insel wie sieht es denn jetzt mit der Farbe aus? also mit dem Blumen so müssen wir auch nochmal voll machen gleich ja komm ich will da ran ja komm und dann hier ne hier gehts nach unten, hier gehts nach oben ja dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wo wir dann wahrscheinlich auf der Bäreninsel landen vielen Dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's, euer Max Deus und tschau! mit dem Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018